so erstmal die ganzen samen hier in meinem inventar auf ich habe gerade übrigens mit dem floh erfolgreich einen raptor gezähmt ich wollte ja unbedingt raptor haben und dann sind wir zurück zu unserem haus oder zu unserem gebiet und dann musste ich irgendwie ein ei aufheben das war ein ei von der familie flugsaurier und die waren gar nicht glücklich darüber sich das ei von den klauen und die haben dann erstmal den armen raptor die wir gerade gezähmt haben niedergemetzelt und ja jetzt sind wir hier wieder ohne tiere und und zähmen jetzt gerade den ganzen strand strand irgendwas irgendwelche tiere alles wenigstens ein bisschen erfolg zu haben floh der weg der flug ist noch der weg ist noch weit floh und du weißt ich kann noch bis bis dorthin noch vieles aufsammeln viele eier gibt es noch hier viele eier ist geil du weißt ja du ich bin ja auch gerade mit einer aufnahme ich weiß nicht ob du es weißt also du kannst dich in ein paar tagen oder ja es wird schon was länger dauern sogar weil das wenn ich jemand die videos schneide in 30 minuten stücke und wenn der floh hier mal alle eier aufsammelt und alle tiere tötet werden die videos immer länger und dann muss ich natürlich in welcher jeden tag immer ein video rausbringen mit einer halben stunde ungefähr dann kann sich das ja auch ein bisschen in die länge ziehen jetzt vielleicht schneide ich ja auch oder vielleicht spiele ich mal vor oder sowas aber das mache ich nicht so gerne ich mache das eigentlich war so als komplett letztlich nun bin ich aber echt nett deine videos ist es ist ein angenehme letztlich ja tut du hast auch mal reingeguckt das ist nicht natürlich ich habe zwar eigentlich erst vor Ort vor einem Monat vor einem Monat circa mit der Alka anfangen an ankommen und ich bin auf einem Let's Player gestoßen der hat DGZ durchgezockt genau und ich muss ehrlich gestehen ich habe ich habe fast Paranoia gekriegt wenn ich ihm zugehört habe und dann bin ich auf dich gestoßen und ich muss sagen deine Stimme ist sehr angenehm also es hat mir sehr gut gefällt das ist das ist jetzt das höre ich gerne aber natürlich ähm den den werten Kollegen von NGZ der ist natürlich auch äh ich gucke ich gucke seine Let's Player sogar auch also das ist die Konkurrenz guckt meine und ich gucke die von der Konkurrenz und ich will auch gar nicht sagen dass Konkurrenz ist das ist äh ich grüße auch alle mal hallo jeder hat so seinen eigenen Stil oder sowas aber die gibt es ja natürlich den NGZ gibt es natürlich jetzt schon ziemlich lange ich weiß nicht der macht das glaube ich jetzt auch schon seit drei vier Jahren fünf Jahren oder sowas ich weiß nicht ganz genau also natürlich äh ich bin jetzt noch nicht so lange dabei ja mit den Drachen boah du Drachen wenn ich die sehe die sehen so toll aus da ist er rot weißer also ich bin gerade sehr verliebt von Vincent okay ja die meisten probieren ja hier ihre Drachen zu mischen darum haben auch manche irgendwie 30 Drachen wo ich mich dann wundere ich suche irgendwie fünf Tage echt Tage nach den Drachen und dann gucke ich bei Nachbarn vorbei und die haben dann 20 stehen der ärgert den sich natürlich schon ja oder so wie neulich wie ich die angeschrieben habe es ist ein Drache da dabei kehrt der eben den Nacken ja die Drachen die gefallen mir echt gut also ähm das erste Mal als ich auf den Server gekommen bin wovor ich irgendwie 20 mal gestorben bin dann siehst du ja natürlich immer an deiner kleinen Butzebude irgendwie so einen Drachen an dir vorbeifliegen und dann diesen Flügelschlag und die ganzen den ganzen Rauch Sand den der aufwirbelt das sieht toll aus also gefallen mir richtig gut im Moment habe ich aber auch ziemlich viele Drachen bei mir im Vorgarten stehen weil äh ich glaube ich weiß nicht gerade wo seine ganzen Drachen hingeparkt werden sollen also stehen sie jetzt bei mir oder wie ne ich hatte halt bevor du gekommen bist halt noch ein Ei gezähnt also beziehungsweise ein Ei vom Nachbarn mit dem Nachbarn zusammen gemacht und dann gleich da in der Brutkammer ähm halt schlüpfen lassen weil ich hab noch keine ich hab ja meine Base noch nicht weiter gebaut weil Jan in deinen Schwalb gewechselt hab und dann ging das ja nicht mehr da muss ich jetzt auf den Platz wechseln ja dann nutze ich immer die Eierbrutstation von den anderen aus achso okay die Eierbrutstation ja wie wie haben die das denn gelöst haben die denn auch jetzt Klimaanlagen oder wie machen die das Inkubatoren das sind solche ähm Heizplatten mit Stroh drauf achso aber die gibt es jetzt aber nicht hier das ist aber hier irgendwas von irgendwelchen Mods oder ja glaub schon ich hab noch nie was von gehört also ich hab in ARC im normalen ARC ohne Mods nur nicht so weit gespielt dass da ihre ähm zum Eier halt dass sie als ich gepaart haben und dann Eier gebraucht haben wo ich hab mich so gefreut auf mein Papierflieger und ich weiß nicht ähm Sky auf das ich schon weißt mein ganzes Gehege wurde ja mal wieder zum x-ten mal aufgemischt komplett ich hab wieder keinen Try ich hab keine Dodos ich hab gar nichts mehr ich bin wieder nur mittellos ich hab nur Drachen in meinem Vorgarten stehen die mir den Bude voll mein Garten mein Vorgang mein Rasen düngen aber ansonsten habe ich nichts mehr und ähm ich hatte mich so drauf gefreut jetzt endlich meinen Sattel endlich zu craften aber hat nicht sollen sein hat ich muss wieder was Neues wir zählen mir grad wie einen neuen Papierflieger Papierflieger sind übrigens die die Terranodon Dinger Juxaurier die Terranodon ja ja ich werd grad von einem Raptor gefressen scheiße oh halten wir in Ehren wir kommen gleich vorbei und müssen ihn zähmen ja dann komm schnell noch knabberter an mir also ich könnte jetzt loslaufen ich müsste sowieso nach dem Wolf gucken ja also mein Leiche liegt da was mit 55 72 ich weiß nicht ob's da noch weit weg seid ach der hatte ich schon ja ich war nicht schnell genug ich mach das ich mach das ich glaub das schaffe ich alleine hier irgendwas zu zähmen wenn ich tot bin dann sag ich dir Bescheid dann komm ich nicht da hinten sind übrigens zwei Papierflieger vielleicht haben die ja dort ein Ei ich guck mal ganz kurz ne die lässt du jetzt schön in Ruhe aber das war aber grad echt dämlich aber richtig dämlich was passiert also ich hätte ganz ehrlich ich hab nicht gedacht dass die jetzt auch noch ausflippen also ich hab selten gesehen dass ich hab das noch nie gesehen dass die äh so so sauer werden aber es ist ja auch äh bei jedem tier anders meine erste ARC Begegnung mit einem Dinosaurier das war mit dem Grave ihr kennt den glaub ich aus den Let's Plays ähm mit dem Grave auf meinem privaten Server auf meinem Rechner und dann haben wir gedacht oh guck mal da ist ein Ankylo den machen wir mal platt wir waren gerade irgendwie Level 4 oder sowas oder 5 und dann haben wir eine halbe Stunde lang gegen einen Ankylo Level 6 gekämpft und äh der wir sind da wirklich dann nur von seinem von seinem Knollenschwanz durch die Gegend geschossen worden wir waren äh der Grave hatte alles gebrochen ich hatte alles gebrochen dann bin ich dann schnell irgendwie um die Ecke er hat er hat dann versucht den dann so gesehen zu ziehen zu pullen und ähm damit eben äh damit ich in der Zwischenzeit äh Sperre craften konnte und das äh ich muss das Bild mal hochladen das habe ich übrigens noch in der Steam Bibliothek das muss ihr mal angucken Flo äh das lustig ist der sieht aus wie wie die Moby Dick der Weiße war total gespickt mit Pfeilen aber wirklich so viele nicht Pfeilen sperren aber der ist einfach nicht gestorben das war zu heftig für uns ey ich habe jetzt neulich in äh ähm am Singleplayer Server ähm so ein komisches Gürteltier ich hab gar nicht geschaut wie das Ding heißt Dio Dikurus also das der war nicht zum totkriegen ne den kriegst du auch nicht tot doch äh es ging dann und zwar du musst mit der Armbrust oder mit der Rifle je nachdem auf die Füße schießen okay du siehst wirklich nur ein Stupsel von den Füßen und das geht weil ähm ähm äh die Alpharaptoren oder Kanos oder Alpharechse die greifen die an und nach einer Zeit haben die keine Lust mehr weil die rollen sich ein und dann kannst du nichts mehr gegen die tun also die ja genau die haben ja so eine Megapanzerung kann man eigentlich auf den Singleplayer-Server jemanden einladen? ja ok das kannst du auch machen aber das wie gesagt das habe ich ganz am Anfang gemacht als ich mir ARC gekauft habe und dann haben wir das dort getestet aber das ist ähm das Problem ist immer du musst dann die richtigen Einstellungen auch wirklich auch einen guten Rechner haben und da ist immer dann das Problem dass du ähm das war bei mir jetzt so gewesen ich habe den äh den kleinen Server aufgemacht und dann ist der der äh grave nach rechts gelaufen ich bin nach links gelaufen und wenn ich weiter weg bin als 200 Meter dann plötzlich switcht er automatisch dann zu mir ah da kann ich mich aber sogar auf ein Video erinnern da war es in vor irgendeiner Höhle glaube ich ne vor dem Dungeon ich weiß nicht mehr kann das sein ja ist wie ich weiß ich nicht mehr so ganz genau also die ersten Videos die wir gemacht haben also das sind wirklich glaube ich die ersten neun ähm die müssen glaube ich noch auf dem alten Server sein also auf dem alten kleinen privaten Server und danach habe ich mir dann extra einen Server gemietet und so gesehen dann auch die Jungs die anderen Jungs dann eingeladen zum Spielen also ich könnte mir vorstellen wenn du auf meinen Server also auf meinen Singleplayer Server kommst brauchst du zuerst einmal ähm Sonnenbrille oder so eine Schutzbrille weil bei mir ist alles farbenbunt also mein Haus hat sämtliche Farben die man aus Bären mocken kann ja also du bist Frau halt voll pink ne ich glaub ja ich sag mal so wenn ich äh ich mal hier meine Tiere ja gar nicht an und äh das macht der Grave dann immer die äh also besser die anderen Jungs aus dem ich weiß nicht kennen sie die anderen äh äh Game Let's Plays von mir? kenn ich also nicht alle aber ein paar also von den von den Zehn Let's Plays kenn ich einige genau und äh also sind die anderen Jungs äh die kleistern wirklich Farbe an jedes Tier und das mach ich nicht so gerne und äh ich wohne ja eben mein Game Let's Play mit dem Grave zusammen in einer Blockhütte und er fing dann an plötzlich mit seinem Pinsel die Häuser an das Haus anzumalen und dann ne 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 die Farbe kommt dann schön wieder runter ich finde das immer das ist mal bei uns immer so wie jetzt hat er hat der florin abgeschossen was ist noch da er ist noch da ist ich stehe jetzt auf seinem steg da kommt er ich bin aber noch leider hier in der zähmung mittendrin ich habe aber gleich den den papierflieger der ist gleich fertig aber jetzt schweig das dauert wie er so lange irgendwie im world world web verschwunden durch jeder track ist auch gleichwertig super perfekt ich glaube ich gehe jetzt mal zu meinem papierflieger wo ist der raptor jetzt hin weh ich bewege mich von dem steg runter florian ich stehe auf dem steg von kenny 56 72 dürfte es sein so riesen steg und der besitzer heißt kenny gottes wollen auf die idee muss man mal kommen da hat von einer insel zu anderen steg gebaut ja das ist direkt bei uns das ist nicht schlecht das ist echt das wirklich bei uns rechts du müssten müsste es direkt bei uns jetzt sein an der an allem an der küste ich höre es flattern das kann nur ein drachen sein und dahinten ist der raptor floh vor allen dingen die drachen können ja vorher spucken und die die animation effekte finde ich auch ganz toll weil wenn der drache jetzt zum beispiel den den ein tier flammiert dann brennt er dann auch wirklich dann läuft er wirklich brennend durch die gegend sehr gut aus ja ich habe den flieger gezähmt so dem bin ich den jetzt eigentlich da ich ja den einen raptor verschuldet habe floh nenne ich den hier den flug das ist der floh nenne ich weiß schon mal wieder gar nicht ich guck nie danach was ist denn das komm mal her lande 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 das bist du ich bin hier komplett fertig mit der ganzen zähmung und jetzt komme ich mal zu euch rüber also ich bin gerade glaube ich wieder in deine richtung unterwegs also lauf die küste entlang schön gute einstellung zähm alles was nicht nid und nagel fest ist so ich weiß nicht wie weit ich jetzt noch von euch weg bin text gibt es nur mal deine koordinaten ich bin gerade bei ich bin eigentlich direkt dort wo wir wo du bist eigentlich ich bin genau bei 42 60 warum stehst du neben mir du kichest so 42 ich bin in die falsche richtung laufen also wo ich mein haus habe oder wo ich jetzt gerade bin wo du jetzt gerade bist genau da bin ich 42 60 und ich sehe hier gerade schon ein haus mit einer fahne fahne habe ich es ist doch kein haus das ist eine ein raft ein ein bloß ich steh genau vor dem floß von mir ist ja mein haus ich gucke nach oben wie viel bist du bist du mit dem kürzer oder das wäre schön kürzer haben wollen du stehst drin vor dem haus ich sehe ich komme einfach die küsse da ist ein haus dahin ist ein haus also mein haus steht direkt vor dem fluss also was oder noch ist es dann mit sich das floß ich bin jetzt ganz woanders du hast die tatsch bude sky 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 wie wird es ausgesprochen sky das ist eigentlich ein schreibfehler denn den nick namen habe ich seit meiner computerzeit und der wird eigentlich ohne h geschrieben und ich habe denn das erste mal eingeben und hat mir irrsinnig freut hat er noch verfügbar bin drauf gekommen dass ich mit h geschrieben ab und seither ist er geblieben das ist aber immer besser so wenn das mal was anders ist das eigene sich genau so ich komme jetzt hier greift mich noch wirklich an komm her ich glaube es wird wieder richtung monster steg vom kenny okay ich bin hier was ich ich bin genau hier ich bin hier neben mir dann bleibt bei der hütte und ich versuche leben zu hütteln zu kommen das ist vielleicht kann der flug mehr einfach ein sammeln wenn er den raktor ihren obliefert hat bei der drache mit der trauen können mit mir bitte ich habe nicht so gut verstanden der drache der drache müsste auch jemanden tragen können ich will zu hoffen ich denke mir mal das wäre eine schande wenn er es nicht könnte ich denke mal der ist in der gleichen kategorie wie der kürzer also dass er so gesehen so gut wie alles tragen kann bis auf t-rex oder sowas und das ganze was kann ziemlich schnell geschehen zu tun bis kommen was im unterladen uns was gerade mit dem und weg mehr du verlierst dich gerade oder heute hast du mich ganz gut oder hast du mich schlecht sicherlich okay dann bist du das dann hast du gerade irgendwelche verbindung für bräger Verbindungsprobleme bei sie immer nicht wo du bist in der richtung am an der küste entlang bis sie schon am mosa saurus vorbeigeflogen vorbeigelaufen das ist ja riesengroße der maß aber im ich glaube irgendwie habe ich das gefühl dass dein ts gleich dich rausschmeißt ja ich glaube ich werde mir einfach ganz abspielen ich werde mir ist gleich wenn ich es nicht jetzt ja zuhause angekommen bin ich würde ich auch wenn es den gewinnt ist gerne mal einladen schon mal in die schreibt aber ich muss dich dafür sehen aber ich muss dich dafür sehen mh 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 Ah, du hast dein Gehege, wo du hattest? Ich habe ein Gehege mit einem Drachen drin. Also ich muss mal ganz kurz meinen, dieses Sattel aus. Aber ich habe dich jetzt gerade übrigens wieder perfekt verstanden. Okay, dann darfst du jetzt wieder gehen. Jetzt geht es wieder her. Oh, ich habe einen lauen Raptor-Sattel. Was ist das ein Steco-Sattel? Wo habe ich denn meinen Strike-Sattel? Ach so, den Strike habe ich ja jetzt verloren. Ich habe ja kein Sattel mehr. Nein, alles tot hier immer. Stirbt ja alles weg. Ich muss dem Floh mal sagen, der soll mal sein Tier hier wegparken. Seinen Drachen. Er hat sich nur gemutet, weil seine Schwester was von ihm will, soviel ich gelesen habe. Ich stehe jetzt da vor einem Gehege mit zwei Prontos, einen Drachen. Dann bist du... Dann bist du... Eine grüne Säule ist in der Nähe. Dann bist du eigentlich... Ich habe ganz viele Prontos hier. Das ist alles beim Nachbarn, beim Sigi. Der hat ja alles... Ja, dann bin ich... Dann bin ich... Ja, und in deinem Gehege steht ein schwarzer und davor ein roter Drache. Genau. Und das ist alles nichts von mir. Äh, nicht von mir. Wo... Wo... Wo bist du jetzt? Wenigstens will ich dich einmal einladen. So. Ich bin beim roten Drachen. Jetzt muss ich dann doch wieder anders rumlaufen. Ah, und das ist... Jetzt laufe ich um die Ecke und sehe eine nackte Frau. Nackt? Du bist noch gerade so spärlich. Dann drücke ich doch mal wenigstens auf den Back... Ach so. Jetzt drücke ich Backspace für meine Zuschauer, damit sie nackt sehe. Nicht nur den Namen hier, aber dann ziehst du dich wieder an. Also sowas. Aber du kriegst wenigstens auch eine ganz normale Begrüßung. So, hallo. Und jetzt lade ich dich mal... Wie die Frauen winken. Das habe ich ja noch nie gesehen. Sieht ein bisschen... Dämmlich aus. So, pass auf. Kriegst du es hin? Jetzt ist die Frage, wie ich das annehme. Du müsstest eigentlich irgendwie auf E drücken, aber ich habe das noch nie gemacht, weil ich habe immer irgendwie alle eingeladen. Also müsstest du mal den Prolog fragen. Aber bleib stehen. Ach so, ach so. Du schickst mir jetzt glaube ich selber eine Einladung. Und das hat der Flo mich auch gemacht. Ich mache es nochmal. So, vielleicht musst du bei mir stehen. So. Du musst jetzt irgendwie so eine Art Einladung bekommen, wo steht... Ich drücke E. Ja, da steht schon alles brav, aber da habe ich few info for tribe. Und send was? Ascent? Was heißt das? Ascent? Ich probiere das einmal. Ja, du bist drin. Perfekt. Perfekt. Super. Ja, das ist schön. Das ist ja schön. Und du hast da hinten gebaut, das ist ja super. Das Gute daran ist, du bist nicht wirklich nah dran. Nicht weit weg, aber nicht nah dran, weil... Ich bin plötzlich online gekommen und dann stand hier die Bude vom Sigi neben mir. Ich habe gedacht, wow! Und immer wenn ich jeden Tag, wenn ich online komme, hat der irgendwie einen neuen Bronto im Garten stehen. Er fühlt gerade die Brontos sind so lästig. Ah! Wo kommen die jetzt hier? Ich wollte gerade Samt. Bitte sehr. Wir können ja reden mit ihm, stimmt ja. Er kann uns ja hören. Okay. Er macht gerade Mathe. Du spielst arg und machst Mathe mit deiner Schwester. Jetzt kriegst du mal den Schlag. Kümmer dich mal um deine Schwester. Da kommt noch was geflogen. Noch mehr Drachen. Oh mein Gott. Ich glaube, ich bin wirklich am überlegen, Floh, dass ich wirklich umziehe. Ich bleibe aber hier in der Nähe, aber ich ziehe hier ein bisschen weiter weg. Ich habe mir vielleicht überlegt, auf einer Insel da drüben eine Bude zu bauen. Da ist doch nicht viel Platz. Da hast du halt, ich wollte gerade sagen, und relativ wenig Matze. Du musst halt immer die Matze hin und her schleppen. Ja, hast du auch recht. Also ich finde die alte Bude vom Floh super. Hast du das schon mal gesehen? Komm mal mit. Ich zeig dir mal. Die alte Bude vom Floh, die kann er leider nicht mehr nutzen, weil irgendwie seitdem ich... Oh, jetzt kann das auch passiert sein bei dir. Seitdem ich ihn eingeladen habe, kann er seine alten Sachen nicht mehr nutzen. Jetzt habe ich Angst, dass du dein Hausfleisch nicht mehr nutzen kannst durch die Einladung. Weil ich weiß doch nicht, warum das so ist, aber irgendwie ist das so. Bei ihm wäre zwar auch egal, weil das ist vorher nur notgedrungen. Auch die Tiere auch nicht. Was ist das denn? Da muss ich euch mal mit der Ella sprechen. Das ist ja eine blöde Einstellung. Da ist irgendwas total dämlich. Guck mal, der hat nämlich... Der hat sich eine super, super Ecke ausgesucht. Also, das ist zwar jetzt alles hier zugekleistert, aber man kann hier so toll runter gucken. Oh, das ist echt super genial. Oh, das ist sehr schick. Aber... Er kann es leider nicht mehr nutzen. Das ist aber seltsam. Ich meine, es ist zwar so, dass dann alles dem Schreib gehört, so wie ich das mitgekriegt habe. Aber es kann dann jeder alles nutzen. So habe ich das halt verstanden. Das liegt wahrscheinlich an den Einstellungen vom Server, ne? Ich denke mal. Also, das ist ein bisschen komisch, weil ich kann... Kann nix machen. Also, wir müssten ja eigentlich, wie du sagst, das ist... Besonder gefallen. Ach so, ich wollte sagen, der Flo. Hey! Ja, wollte ich oberstach schmeißen. Hat aber auch nicht bei mir geklappt. So, ich geh wirklich jetzt mal wieder zurück zu meinem Haus. Lock mich dann wirklich mal aus, weil die Folge ist schon mega extra large geworden. Die kann ich erstmal schneiden in 1000 Teile. Und... Gut, ich werde zu meiner Bruder zurück schauen, ob ich noch irgendwas verwenden oder nutzen kann. Okay. Ich will jetzt hoffen, dass es alles so ist, wie es jetzt ist. Aber es ist jetzt nicht so schlimm, weil ich hab nicht wirklich viel dort. Es sind zwei Dodos und eben diese Strohhütte. Und ein paar Matz, die vielleicht mal drinnen herumliegen. Also, das wäre jetzt nicht so tragisch. Nur wäre das wirklich interessant abzuklären mit, mit, äh, mit den Vikings, ob... Ob man da irgendwas machen kann. Ja, das, das wird ganz sicher. Das werden wir schon tatsächlich irgendwie, äh, umregeln. Also, ich muss mal gucken, wie es jetzt bei dir ist. Aber erstmal muss ich mal ganz ehrlich sagen, das Tor hier zu machen. Und diesmal stelle ich meine Tiere nicht mehr auf passiv. Diesmal bleibe ich schön auf neutral. Nicht, dass ich wieder online komme und alles stirbt hier bei mir. Für den Fall, dass ich wirklich in mein Bude nicht mehr reinkomme, weil das ist jetzt die Frage, ob ich die Tür aufmachen kann, darf ich mich bei dir irgendwo zum Übernachten parken? Du kannst, ich lasse dir die Tür offen, du kannst nicht reinkommen. Super. Ich habe mehrere Eingänge, du kannst dir einen aussuchen. Aber ich lege mich jetzt erstmal hier schön ganz nah an die Forge und sage dann erstmal tschüss und tschüss Flo und tschüss Sky und tschüss Zuschauer. Wie gesagt, wenn ihr auf den Server kommen möchtet, ihr findet in der Videobeschreibung unten drin alle Informationen, die ihr haben möchtet. Wir haben auch diesen TS-Server hier. Der Channel von mir, der ist natürlich passwortgeschützt, aber alle anderen Channels sind komplett geöffnet. Da könnt ihr euch gerne treffen und wenn wir dann was zusammen machen, dann ziehe ich euch dann so gesehen hier in den Channel rein und dann sehen wir zusammen, spielen wir zusammen, wie wir es gerade hier mit der Sky oder mit dem Flo machen. Gut, dann schönen Abend noch oder schönen Tag oder wie es gerade geguckt wird. Gut, dann tschüss. Bis dann. Ciao. 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 Ciao.